Und hallöchen liebe Freunde, hier ist wieder euer Foxy. Ja, ich habe hier ein paar wunderschöne Filme, die ich euch gerne zeigen will. Sogar mit einem aktuellen Film da drin. Da bin ich mal gespannt, ob ihr ihn schon gesehen habt, ob eure Meinung dazu ist. Aber beginnen wir doch einfach erstmal den Film mit was ganz schön Alten, also wirklich alt. Und zwar The Night of the Demons. Ja, ich habe mir mal den Alten nochmal zugute getan. Und da muss ich sagen, eigentlich ist der fantastisch. Wohlgemerkt, der ist natürlich sehr alt. Die jungen Leute von heute dürfen den vermutlich nicht gern zu bringen finden, weil Make-up, es ist alles noch wirklich handgemachter Horror, sage ich das doch einfach mal so. Bis auf diesen Skelett, der am Himmel schwebt. Und einmal ganz kurz, da muss ich schon sagen, der Computer animiert natürlich auch nicht so perfekt, wie man das sich so gewohnt ist. Aber dennoch, um mal das ganz kurz zu machen, es hat noch eine Hintergeschichte. Aber es ist ein Häuschen, da sind, der ist verflucht von Dämonen. Und ein paar Leute machen da eine Party und spielen dann ein Spiel vor dem Spiegel. Da wollen sie die Vergangenheit sehen, wird sie da ganz genau daran starren, sich die Gedanken machen. Dann wird das Bild dunkel und den kann man in der Vergangenheit sehen. Doch der eine hat natürlich unterbrochen gehabt, hat sich erschrocken. Aber das hat damit nichts zu tun, denn der Dämon ist leider wohl und übel reingefahren in diese Person. Das bedeutet natürlich auch, derjenige, den dieser Dämonen tötet oder sogar küsst. Dann wandert der Dämon in die weitere Person, nicht in die nächste, sondern in eine weitere. Also da haben wir schon zwei Dämonen und es geht natürlich so weiter, dann wird einer gekillt. Dann haben wir schon drei Dämonen, bis natürlich später, ja, nur noch der Wettlauf ums Überleben geht, wo sie nur noch tagsüber, ähm, ein bisschen Hellwert durchhalten müssen. Dann kommen wir doch gleich zum nächsten zweiten Film und das heißt natürlich Night of the Dämon's Remake. Ähm, von 2009, soweit ich das eine gesehen habe, aber 2011 hieß das andere. Keine Ahnung, wo und was in der Remake wirklich kommt. Kommt vermutlich auf die Veröffentlichung gewisse Länder drauf an. Ähm, auf jeden Fall, ähm, muss ich hier schon sagen, no. Remake. Ich weiß nicht, wann man ein Remake ein Remake nennen darf, die haben letztendlich nur den Namen übernommen und eine Party in ein Haus. Das war es eigentlich schon. Eine Szene, die kam bekannt vor, dass er beim Alten auch als ein Lippenstift in diese Brust reingeschoben haben. Aber sonst war dieser Film völlig anders. Ähm, während der Dämon, ähm, bei dem Originalen durch ein Spielchen mit vorm Spiegel geschickt, war das hier dieser Fall, die haben einen Skeletten gefunden. Der, die eine wollte ein bisschen rumgucken und der hat sich, der Skelett hat zugebissen. Zuerst dachte man, das wäre vielleicht einfach nur, dass, der Schädel hat einfach so gezwickt oder so, aber damit hat er sich verletzt und der Dämon ist reingegangen. Also auch eine ganz andere Story, auch der ganze Anfang zuerst. Da ist eine Person mit Drogen und sowas alles völlig anders. Also ich weiß nicht, wo da überhaupt noch ein Vergleich zur Folge ist. Auch der Ende ist ganz anders. Und, ähm, auch die Story, muss ich sagen, ist da völlig anders. Daher als Remake zu nennen. Als Remake, muss ich sagen, war der richtig dumm. Aber als Film alleine, wenn man den wirklich als Film akzeptiert, war der gut. Und ich bevorzuge davon, ob den Originalen oder den Alten keinen. Also, ähm, da muss ich schon sagen, ob der eine oder andere, ich finde beide gut, gut gemacht, gut erzählt, die Geschichten. Ähm, das eine würde ich wirklich nicht als Remake nehmen, auch eigentlich wirklich für einen eigenständigen Film, der dann zufällig auch Night of the Dämon heißt. Also, das akzeptieren wir dann einfach mal so. Aber, ich habe auch gesagt, ich würde auch mal über ein, zwei Filme berichten, die ich mir gekauft habe. Wie zum Beispiel Night of the Dämon, wie zum Beispiel auch Hunter x Hunter. Ähm, ja. Was soll ich von diesem Film sagen? Auf jeden Fall ist der gut. Wirklich gut. Ähm, eigentlich handelt der, da hinten ist ein Wolf. Ähm, in erster Linie erstmal um einen Wolf. Ähm, der Wolf, also die machen nicht Urlaub, sondern die wohnen in einer Hütte, eine Family. Und, ähm, versuchen Pelle zu machen. Also, die, die, die jagen Tiere, um Pelle zu bekommen, um die dann zu verkaufen oder so. Aber die Saison ist im Moment sehr schlecht. Geht natürlich nicht so. Und ein Wolf treibt sich da in der Gegend rum. Zuerst dachte ich, was hat der Wolf damit zu tun? Ähm, die hatten da spezielle Angst vor dem Wolf. Okay, im Wolf sollte man Respekt und Angst vor haben. Aber zuerst hatte ich das Gefühl, die hatten da ein bisschen zu sehr Angst. Und irgendwie, er ist wieder da. Aber es hat tatsächlich später mit dem Wolf gar nichts zu tun. Ähm, der Vater entdeckt später ein, zwei Leichen. Und achtet dann da drauf, was da so passieren könnte. Er hat gesagt, ich jag den Wolf. Die Familie weiß davon nichts. Und, ähm, ja. Irgendwann meldet sich der Vater nicht mehr. Dann denkt man natürlich zuerst, man erwartet auf einmal was im Film. Vielleicht ist der Wolf ein Menschenwolf oder so. Nein, der Film ist, hat mit Mythologie und Mythos und sowas alles gar nichts zu tun. Es ist ein ganz normaler Film. Später wird dann noch eine Person gefunden, der dann ein Killer ist. Und, ähm, der ist dann auch schuld dran, dass die anderen Leute da tot sind. Und der Schluss finde ich ein bisschen heftig, den ich auch hier wieder nicht erzählen tut. Falls ihr den wissen wollt, schaut ihn euch an. Ist schon wirklich ein sehr gut gelungener, lungernder Film. Ich habe ihn nicht bereut zu kaufen für 30 Euro. Und, ähm, muss ich sagen, in der Story her, ja. Wie gesagt, man war immer ein bisschen, hm. Man erwartet etwas, was aber wieder nicht der Fall war. Weil es passiert ja etwas ganz anderes. Jetzt kommen wir zu einem aktuellen Film auch nochmal. Den ich mir, ähm, gestern, nee, vorgestern, glaube ich, auf Amazon Prime gesehen habe. Ähm, wurde groß, okay, als Horrorfan. Man bekommt dann auf einmal Werbung von irgendwelchen speziellen Sachen. Ihr kennt das Internet, die suchen sich die perfekten Dinge aus. Was man so gerade so einklickt und so. Ähm, es ist nur mal Internet, es sind ja Algorithmus, die für einen entscheiden. Du hast vielleicht das zu gucken. Also, und was wäre das denn für eins? Den habe ich gesehen, The Hatching. Ähm, sehr interessanter Film. Auch hier muss ich wieder sagen, eigentlich top gemacht. Es ist ein bisschen verwirrend am Anfang, dass so ein kleines Mädchen mit Mutter und Daddy, ähm, bisschen zu glatte Familie, immer ein erfreundlich und höflich und selbst der Daddy grinst immer. Und, ähm, die Mutter, also die, der, das Kind, was man da auf dem Körper sieht, um ihr geht es am hauptsächlichsten. Sie macht Sport, also Turnen und will natürlich gut werden, werden in ein Turnier reinkommen, ähm, der dann da frei ist. Aber, ähm, sie ist nicht ganz so gut. Aber es ist trotzdem alles so schön und das schaffst du ja dann auch. Und hier und da und die Mutter verliebt sich in eine andere Person. Und, ähm, ich werde hier gerade verarscht, wie immer, ähm, verliebt sich in eine andere Person. Die Tochter bekommt es mit und, ähm, muss dann aber auch sagen, sie sagt dann auch, was meine Daddy dazu, ach, für ihn ist das ja alles so schön und, ähm, ja, zuerst war das ja unser Geheimnis. Sie hat ihre Tochter wirklich gern, aber vermute auch nicht, na, sie lügt die Tochter dann aber auch an. Jetzt ist die Frage, sie hat ein Ei, das wird größer. Da kann man sich jetzt selber sich was von einbilden, was dieses Ei damit zu tun hat. Vielleicht die Gefühle, die in ein Kind sich aufstauen tut, weil wieder deine Hand rauskommt, da schlüpft ein extra großes, wie soll ich sagen, Vogelbaby. Ein extra großes Vogelbaby, ähm, ja, dieses Vogelbaby wird aber Stück für Stück zu einem menschlichen Kind, ähm, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu viel verrate, dieses menschliche Kind wird sie nämlich auch nochmal sein. Und das ist aber böse, ähm, was ihr so manchmal widerfährt, wo soll ich sagen, rächt sich das Ding und, ähm, ja. Ja, es passieren also ein paar Sachen, wie zum Beispiel die Turnerin, sie war besser als sie, als das Mädchen und, ähm, ihr ist dann ein Unfall passiert durch sie. Und, ähm, später stellt sich dann raus, dass dieses Wesen, was daraus geschlüpft ist, so gesehen ihre Doppeltgängerin ist und ab da sollte ich jetzt lieber mal die Schnauze halten, sonst verrate ich vielleicht den Schluss versehentlich und den solltet ihr euch lieber selber anschauen. Also, Freunde, das sind wirklich vier Top-Filme, die ich gesehen habe, inklusive The Hatching und, ähm, ja, welchen davon habt ihr gesehen, welchen davon kennt ihr oder welchen würdet ihr euch anschauen, nur weil ihr sagen tut, hey, danke für die Information. Also, Freunde, bis dann erstmal, euer Praxis-E-Team.